Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Wir gucken uns vom lieben Jutey das Arc Workshop Village Video an. Der Jutey macht auch schon viele, viele andere Sachen, wie zum Beispiel auch Nyradil die Map nebenbei, weil ich habe es euch schon angeguckt, richtig geile Karte. Und wir gucken uns hier diese richtig geile Stadt an Leute, ohne Mist. Ich bin immer neidisch, wenn ich sowas sehe. Ich würde auch sowas bauen können. Aber nebenbei, wenn ihr Bauwerke gebaut, müssen nicht so krass sein wie die. Können auch einfach generell Bauwerke, wo ihr stolz drauf seid. Und ihr sagt, ihr wollt die hier auf YouTube sehen, schreibt mir gerne. Wir können die zusammen aufnehmen. Ich nehme die alleine auf, wie ihr das möchtet. Und dann laden wir die hoch. Und dann sind die, gerade wenn Extended rauskommt, können wir vielleicht noch ein paar Erinnerungen safen aus der Zeit von Arc Survival Evolved. Wenn ihr Bock habt, schreibt mir eine E-Mail, Discord oder unter das Video. So, gucken wir uns das Ganze hier an Leute. Und es ist wirklich verdammt, verdammt geil, so eine riesige Stadt zu bauen. Ob die jetzt sinnvoll ist vom Nutzen her, ist eine ganz andere Sache. Aber sie ist geil. Ohne Mist. Ich bin immer neidisch. Und man sieht es auch, glaube ich, hier, das sind alles normale Vanillastrukturen. Ich glaube, da ist nichts dabei, was eine Mod ist. Zumindest ist mir nichts aufgefallen, was aus einer Mod sein sollte. Ich habe heute mal ganz so durchgesappt. Aber alle Strukturen, die man hier sieht, sind eigentlich Standardstrukturen. Sogar die Blumenkästen. Das sind einfach nur Futtertrüge. Das ist schon nice, oder? Ich bin immer neidisch, wenn ich sowas sehe. Ohne Mist. Ich würde einmal im Leben gerne sowas bauen können. Vielleicht auf dem Community Extended Server, den wir ja aufmachen. Vielleicht setze ich mich mal hin und versuche, da mal irgendwann sowas richtig abgefahren Geiles zu bauen. Ich sehe es noch nicht. Ohne Mist. Ich wäre, glaube ich, schon froh, wenn ich eins dieser kleinen Gebäude fertig bekomme. Da wäre ich schon froh drum. Aber das hier allgemein ist schon krass. Also Respekt auf jeden Fall an der Stelle. Kann man sich in Kinomodus ja erst einen Ticken größer. Verrückt. Ohne Mist. Also Props gehen raus an Utah und auch alle anderen, die so geil bauen können. Aaron Longstep zum Beispiel auch richtig krasser Typ. Verrückt. Ich frage mich immer, Leute, wie geht man sowas an? Baut man einfach drauf los? Baut man da wie einen Plan? Weil das ist ja auch alles hier die ganzen Abstände und so. Dass die überall da sind. Oben und unten alles stimmig ist. Es muss ja auch allgemein passen, wisst ihr? Da stellt man immer vor, wie man das macht. Also ich sehe mich da irgendwie nicht so. Ich baue meistens drauf los und krass. Aber auch vom Detailgrad her. Richtig, richtig krasses Niveau. Ohne Mist. Also hart. Bin neidisch. Auf jeden Fall. Ich meine, wie gesagt, ob man das nutzt oder ob es einfach nur schön aussieht, sieht aber auch schön aus. Klar, wenn man das auf den Konsolen, glaube ich, baut, hat man den Leck des Todes. Ich glaube, wenn das auf einer PS4 oder so steht, du wirst, ihr könnt selber einschätzen, aber Ladezeiten sind wahrscheinlich zu lang. Aber sonst, ist schon geil. Aber wenn wir gleich noch ein paar Innenaufnahmen sehen, wenn man mal ein bisschen reinguckt, läuft, ich glaube, er läuft nochmal gleich ein bisschen durch, genau hier. Also man kann auch die Base komplett ja auch mit einem Dino begehen. Wir haben jetzt hier beispielsweise ja einen Dionicus, aber auch sowas wie mit dem Thüler Coleo. Mit einem Volley wird es wahrscheinlich ein bisschen kritischer. Aber so, ihr könnt die Stadt ja auch komplett durchlaufen, sich im Detail angucken und das finde ich schon nice. Überall auch die Dinos an perfekten Positionen passiert. Ich finde, ohne Mist, gerade solche Sachen, auch hier einfach mit Treppenstufen so einen Torbogen gebaut und das gefällt mir. Ohne Mist, die kleinen Sachen machen es einfach aus. Oder hier auch mit einem Blumenkasten einfach Beete dargestellt. Ja, wahrscheinlich ist dann, also mit dem Blumenkasten, genau mit dem Futterdruck und das sind wahrscheinlich dann gestapelte Beete oder so dabei, die dann haben, wo halt die Blumen, also die Blumen drin sind. Meistens sind es ja Zitronen. Ich glaube, die haben meistens den schöneren Busch. Aber sonst richtig, richtig cool. Und wie gesagt, was ich halt bei diesem Bauwerk feiere, ist die Details. Viele bauen ja außen hü und innen hot, also nix drinne. Und hier sieht das wirklich sehr, sehr stark danach aus, dass auch einfach der Detailgrad auch in den Gebäuden noch mit drin ist. Ich sage, ich habe nicht alles gesehen. Ich habe nur mal kurz durchgeset, bevor ich es angucke. Einfach, um euch zu zeigen, dass es auch mit Vanillastrukturen ist, wie gesagt. Und ihr seht es ja auch selber. Ihr seht, glaube ich, nichts nach, nicht-Ark-Strukturen aus. Also irgendwelche Mod-Sachen sehe ich jetzt hier eigentlich nicht. Sondern ich sehe hier eigentlich nur reguläre Sachen. Und gut halt genutzt. Wenn es die Schilde oben sind oder wie gesagt, wenn es der Brunnen, der hier einfach als Tisch zum Sitzen benutzt wird. Das sind diese ganzen Strukturen aus Arc, die einfach sehr gut umgesetzt werden. Das gefällt mir. Ich kann nur sagen, dass ich neidisch bin. Ich will auch so bauen können. Ich bin jetzt mad. Nee, aber ohne Mist, das schon. Marco, wie gesagt, vielleicht zu Extended setze ich mich vielleicht mal dran, während ich wirklich aktiv richtig viel spiele, dass ich sage, okay. Ich kriege da was hin. Aber sonst. Guck mal, ein paar Gebäude von innen. Ja, okay, zeigt er uns auch nochmal. Okay, ist noch einmal eingerichtet. Klar, jetzt nicht übertrieben krass. Also das ist hier, da sieht man auch Standard-Einrichtungen aus. Aber warum auch nicht. Aber es ist eingerichtet. Immerhin wurde ich die Mühe gemacht, es auch von innen einzurichten. Können ein paar Leute als gestern wohnen. Nice. Also ohne Mist. Ich feiere auch immer, es Bauwerke von anderen Spielern zu sehen. Ich finde immer cool, die Ideen, die andere Leute haben. Ich habe ja so ungefähr so meinen Stil, wie ich baue. Ich habe ungefähr so meinen gleichen Kram, wenn ich immer so ein bisschen angehe. Und dann finde ich es immer ganz geil, mal Basen von anderen zu sehen, was die auch für Ideen haben. Deswegen liebe ich auch dieses Format, wo ich Basen von euch vorstelle. Weil ich einfach da mal eingeladen werde, mir eine Base anzugucken und sehe Dinge, wo ich mir denke, okay, cool. Werde ich in Zukunft wahrscheinlich auch benutzen. Und deswegen finde ich eigentlich, oder ich mag es, andere Basen mir anzugucken. So, aber noch hier ein bisschen was, ein bisschen weiter drinnen in der Base. Gucken wir mal. Oh, wir sehen auch gleich noch ein bisschen Wasserkontent. Nice. Okay, gut. Er zeigt auch noch was von seiner Wasserwelt. Auch cool, dass man die Kanäle dann belaufen kann und auch noch bereiten kann hier. Oder bereiten? Beschwimmen? Nee, durchschwimmen kann. Oh Gott. Wortfindung. Schon cool, oder? Wenn man hier so einfach durchgeht. Kannst du auch deine Base im Wasser besuchen. Und auch einen Ausgang. Okay, cool. Also so wie es aussieht, kann man auch im Endeffekt mit einem Wasser-Dino einfach von außen in die Base reinschwimmen. Was auch nicht verkehrt ist. Ja, also wenn ihr mit vielen Wasser-Themen unterwegs seid. Duplo Kaulus sehe ich da zum Beispiel. Man kommt hier so nach Hause und kann direkt in die Base reinschwimmen und unten einfach parken. Nicht schlecht, nicht schlecht. Sind hier Redwood-mäßig. Okay, Verteidigung müsste man, glaube ich, gucken. Aber eigentlich hat man außer Kanus und so nichts Großes. Und im Wasser eigentlich Haie. Die sollte man außen eigentlich auch abschirmen können. Aber so mit den Kanälen finde ich mega gut gebaut. Muss sich überlegen. Jetzt ist ja im Endeffekt dann sogar die Umwelt mit eingebaut. Also es ist ja nicht nur, dass man sagt, okay, man baut jetzt eine Base irgendwo auf einem Berg. Sondern man hat den See, den Fluss, das Meer so gesehen integriert und hat die Base am richtigen Ort gebaut, um auch die Kanäle durchgängig durchschwimmen zu können. Das muss ja auch noch vorher getestet worden sein. Also es ist auch noch, ist ja nicht nur, dass man eine richtig geile Base gebaut hat, sondern auch noch den richtigen Ort. Weil wahrscheinlich ein paar Meter weiter vorne wäre irgendein Kanal nicht mehr benutzbar. Wisst ihr, da ist noch Steine im Boden, seht ihr das? Richtig nice. Ohne Mist. Muss ich schon sagen, gefällt mir richtig, richtig gut. Wenn wie gesagt, immer neidisch. Ich will auch sowas bauen können. Wenn noch irgendwas, glaube ich, die sehen es nur noch von der Entfernung. Ja, auf jeden Fall Respekt geht raus an Utah. Lasst gerne ein Abo, lasst ein Like da, schaut gerne bei seinem Kanal vorbei. Wie gesagt, bei Utah findet ihr viele Sachen, auch zu Nyradile, zu der Modmap, ein paar Sachen zu den Gebieten, auch einige andere Base-Bilds. Guckt da auf jeden Fall mal rein. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Euch schon einen schönen Tag. Bis denn und ciao, Leute.